Hey Leute, was geht? Willkommen zum nächsten Black Ops 3 Online Let's Play. Heute auf der Map Wise und dabei habe ich die VMP. Die Klasse findet ihr unten in der Beschreibung. Lohnt sich auf jeden Fall, wer es noch nicht gesehen hat. Da kann ich euch nicht erwähnen. Da vorne ist schon wieder einer ins Wasser. Wir sehen, ob wir uns den mal holen können hier. Hör auf, auf den zu schießen. Oh, knappes Ding. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal unseren ersten Kill. Da läuft einer weg. Wiederkeule, hast du mich ein bisschen verschwitzt da? Da ist einer gestorben. Da kommen sie. Oh, 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 ein Hammer. Alter, da ist das ganze Team. Scheiße, das Bohrenpunkt hat sich komplett gedreht. Zu meinem Punkt ist ja, heute habe ich nur die kleinen dabei. Die Drohne, die Konterdrohne und das Geil Schütz. Aber auf der Map denke ich, läuft es auf jeden Fall mit denen. Scheiße, shit. Jawohl, den Hammer. Zeitsprung ist auch schon aktiv. Vorne ist der Typ, der uns eben oben gelegt hat. Da oben ist er. Da oben ist er. Rechts. Da kommt auch einer. Oh, 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 oh. Jawohl, den Hammer. Schnell hier hoch. So, wo bist du, Keule? Doch. Noch einer, komm. Noch einer oben, oder was? Geil. Jawohl. Löff doch. Ach, da ist einer gestorben. Zeig dich hier mal. Ich will nicht unbedingt... Ich wollte gerade sagen, ich will nicht unbedingt da reinrennen. Da könnte einer sitzen. Ja, aber von der anderen Seite kam er links. Der rutscht da alle weg hier, oder was? Oh, da. Nicht so. Och, und der schon wieder. Jetzt ist mal der gleiche Typ. Zeigt euch. Da. Jawohl, den haben wir schön ausgetrickst. Beziehungsweise den haben wir schön weggehört. Weggehört. Gibt es denn sowas? Weghören. Ja. Und Feuer. Ist alles sauber. Knappes Ding. Mario Koch. Ja. Aber ich hab dich cool, ne? Und das war noch... Und ich will den Headshot. Und weg, erstmal schnell weg. Hier, weg, weg. Kommt einer hinterher. Kurzes Warten. Da. Durchs Wasser. Drohne am Start. Ah, und den hab ich dort. Zwei hab ich verschwitzt. Scheiße. Warum hab ich mich weggedreht? Warum bleib ich nicht einfach dort? Hab ich... Habt ihr auch so ein Pech? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das mal unten in den Kommentaren. Habt ihr manchmal auch so'n... ...richtig scheiße Pech? Ihr klotzt in die eine Richtung. Da ist keiner. Ihr dreht euch nur kurz um. Und komischerweise, was ist da mit einer? So, Drohne könnte man erstmal zünden hier. Und jetzt freuen wir auf hier. So, den Hammer. Gibt's noch mehr für mich? Gibt's noch mehr für mich? Wo bin ich im Haus oder was? Ein Hammer. Zwei Hammer. Drohne am Start. Hier muss einer sein. Da. Konterdrohne am Start. Seidenwechsel. Und zeitdurch. Gleich mal alles raushauen hier. 95 bis zum Geschütz. Von da ist einer. Ich hab jetzt gerade mal einen Kruss hier. Na du Arsch hast mir den weggenommen. 85 brauchen wir noch. Nehmen wir den halt. So. Geschütz am Start. Jetzt verpacken wir das am besten hin, dass es auch funktioniert. Mal kurz überlegen. Oh, oh. Nicht so lange überlegen. Nein, 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 nein. Wo sind die denn? Alter. Oh, den hab ich natürlich wieder auf der Haare. Aber wenn wir mal einmal auf der Seite sind. Ich würde mal sagen, Aldi, Aldi, wir werden das Geschütz hier in die Richtung zeigen lassen. Und bleiben wir mal ein bisschen hier beim Spawned, dass die von der anderen Seite kommt. Und dort nicht einer auf die Mitz bekommen. Ich werde auf jeden Fall schon mal das Geschütz arbeiten. Der erste geht raus. Warum auch immer. Hoffentlich nicht wieder einer von meinem Team. Auf der Karte wurde mir gerade da einer angezeigt. Aber naja. Hey, hey, hey. Gehst du mal aus dem Fenster raus hier, Keule? Wo sind sie denn alle? Da oben war was. Oh, ein ganz knappes Ding. Gehackt. Gehackt. Wir haben gehackt. Wir haben einen gekillt, würde ich sagen. Komm, gib mir Futter für die Waffe. Waffenfutter. Anredet haben wir einen jedenfalls mit einem MG. Kommt einer, oder? Nö. Geh'n hat sich sehen, du. Nein, da vorne ist einer. Ja, jawohl. Oh, oh, oh. Scheiße. Naja. 28, 9 läuft gar nicht so schlecht auf. Vor allen Dingen, wir sind aus dem Team der Erste. Ich würd's mal sagen, das war Nummer 29 gerade eben. Ob den wir erwischt haben. Da war einer. Hey. Der war einfach mal mir. Keine Ahnung. Kriegst du erstmal einen auf dem Mütze? Gibt's noch mehr von euch? Das ist Drohne. Geht gar nicht. Aber wir haben ja Geistrenner. Hilft auf jeden Fall. Oh, da gehen wir mal schnell weg hier. Hier hätte ich doch wieder auf dem Mütze bekommen, würde ich sagen. Oh. Komm her, du Opfer. Du Opfer. Geh verkaufen, Mann. Ja, auch ich kann das mal sagen. Och Mann, ey. Jetzt geh' ich verkaufen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal auf jeden Fall, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und teilt das Video mit euren Freunden.